SPACE! Hallo! Komm mal kurz zum Plaza! Okay... Hallo! Okay, ich wär vorsichtig, SPACE, sag ich ehrlich. Ich bin mir nix sicher, ob ich das will. Ja, hi! Folgen Sie mir! Ja, ich folg dir. Okay... Hahahaha! 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 Ja, komm her, Pupi, und schau es dir an. Wie kann man so drauf sein? Ich bin noch 500 Blöcke weg. Was stellt ihr an hier? Oh mein Gott, Show. Ja, okay. Ich weiß es nicht, was passiert. Also, mir ist aufgefallen, dass Space in letzter Zeit, Blizzor, er hat das schöne Texte-Spec, aber Space rennt in letzter Zeit ohne seinen scheiß Helm durch die Gegend. Ist natürlich doof, wenn er Dispenser ist, mit einem Kürbis und einem Curse of a Binding drauf. Ist natürlich wirklich doof. Mann, ey. Ehre genommen. Geil. Geil. Das finde ich gut. Space, kannst du dich an die Quillotine erinnern? Wir sollten so einen Helm einfügen, wo auf dem Shane draufsteht oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ey, wie kriegt man den weg? Wie kriegt man den weg? Sterben. Sterben. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz meine Texte... Ich muss ja auch mal die Curvy-Sex so raushauen. Martin, ey, 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 ey. Hey, cool, du kannst F1 drücken. Du kannst F1 drücken. Ja, ja, ich sehe es. F1, F1, dann siehst du es. Das ist alles okay. Jetzt brennt's gleich, geil. Alter. Ja, Joe? Ja? Ja, Joe? Na? Wohin geht's denn? Bleib mal geschmeidig. Wie ist los? Warte, stopp. Warte, Martin, warte, 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 warte. Martin, ich glaube, du hast das nicht richtig verstanden. Du musst dich killen, damit das weggeht. Ich kenne nur Rache. Ich kenne nur Rache. Aber es hat jetzt Karl Ender damit zu tun. Ich kenne nur Karl S. Ey, was soll das jetzt? Bro, ich habe... Okay, gut gemacht. Gut gespielt. So knapp, Joe. Ja, ich weiß, ich weiß. Hätte ich eine Ender-Perle... Ich habe überlegt, ob ich eine Ender-Perle holte. Dann hätte ich mich hinter dir herperlen können. Dann hätte ich die gekriegt. So. Okay, jetzt darfst du mich auch einmal. Nö. Ja, doch, ich muss den Kürbis loswerden. Ja, das mache ich doch nicht. Ja, das ist ja nicht... Aber... Du hast nicht verstanden. Hey, meine schöne Rüstung ist fast kaputt. Verdammt, ich habe da keinen... Ich müsste auf... Oh, meine Schuhe sind weg, oder? Ja, hier. Achso. Ich müsste meine Rüstung mal kurz eben reparieren gehen. Ich bräuchte eben einen Tod. Boah, das ist eigentlich schon... Hallo? Lass uns eben schlafen. Lass uns eben schlafen. Du, ich weiß nicht. Ich bin Pazifist. Hallo, bitte töte mich. Schlafen. 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 Ich trau mich nicht. Komm, nepp. Du traust dich nicht. Du bist risky. Ja. Nepp, nepp. Ich finde Schlafen gar nicht so ungefährlich. Kann nämlich sein, dass man beim Schlaf einfach nicht mehr aufwacht. Was? Was? Ja, aber du kannst lebendig einschlafen und tot aufwachen. Ja. Was? 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 Verstehen. Okay, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber sonst... Wer weiß? Warte, warte. Hinter dir. Ja. Und alles. Mach einen kurzen Schmerz. Ich trage die Frage im Infos-Songel. Mach einen Schlafen! So einen! Ich habe eine schreckige Sache! Wirklich! Was ist denn hier los? 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 Pork ey! Wirklich. Was ist denn hier los? Was ist denn? Was ist denn... Was soll das... Was ist denn hier los? Was passiert hier? Nein, 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 bitte ab! Bitte! Stopp! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich hab dich, ich hab dich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ist das geil! Ja! Das war schön, das hat mir gefallen! Ich feine euch ein bisschen, Leute! Jetzt ist wieder alles gut, oder? Ja! Okay! So Leute, wir sehen jetzt die Sachen aus Pace-Sicht. Einfach mal die Reaction. Folgen Sie mir! Ja, ich folg dir! Ich hab deshalb so bescheuert geredet, damit er keinen Verdacht wirft. Okay! Hier! Abonnier! Hahaha! Dada, 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 dada! Ehh, wirklich! 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 So! Wie kann man so ein Mensch sein? Wie kann man so ein Mensch sein? Ich sag's ehrlich! Was passiert? Wie kann man so ein Mensch sein? Wie kann man so drauf sein? Ich bin noch 500 Blöcke weg. Was stellt ihr an hier? Oh mein Gott, Joe! Ja, okay. Ich weiß es nicht, was passiert. Das beste kommt ja noch. Wenn ich ihn gekillt hab, hab ich ihn ein zweites Mal gekriegt. Das war so ganz spontan. Das war so geil. Wir kämpfen miteinander. Okay, und dann erlaubt Space, dass ich ihn kille, nach einer Zeit. Space, genau, hier! Ich müsste meine Rüstung mal kurz reparieren gehen. Ich hab absichtlich an dieser Stelle gesagt, lass uns mal schlafen, damit Space sich ins Bett legt. Hallo? Lass uns eben schlafen. Lass uns eben schlafen. So, wir gehen schlafen. Und Space macht hier jetzt den einen Fehler. Er legt sich hin. Und ich hab mir gemerkt, dass er sich in das Bett gelegt hat. Also hab ich mir eben ganz, ganz schnell, in der Zeit hab ich auch mein Studio auf Facecam gestellt, dass niemand sieht, was ich vor hab, das Bett zugebaut und um die Spencer hingebaut. So. Und jetzt... Bist du? Und jetzt die zweite. Ja, Vorsicht. Achtung. Hier. Warte, warte. Hinter dir. Und... Da gab's... Da gab's... Da gab's eine Rundschreige im... Warte! Du bist doch ein Stück! Warte, 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 warte. Du hast ihm das wiedergegeben, wenn er aufsteht. Junge, Joe! Junge! Also... Und ein drittes Mal. Und ein drittes Mal. Und ein drittes Mal. Achtung. Nein, 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 nein! Die zwei noch. Warte! Was soll das? Was soll das? Was soll das? Und ein drittes Mal. Junge! Also meine Damen und Herren, wie oft hab ich heute Space geohnt? Eins, zwei, drei Mal. Scheiße. Okay, Bruder. Ich muss los, Leute. Es war echt schön, den Craft Attack. Ich würde jetzt erst mal stream pausieren. Wurde jetzt stream pausieren? Ja, die holten fast doch gerade meine Enderperlen! Mann, wo liest er hin? Junge, komm her! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du! Ich hab dich! Komm her, komm her, komm her! Nein! Wurde jetzt schon wieder? Hä? Oh, ist das geil! In die Richtung? Aber wo denn? Oh, ich kann dir zwar im PvP nicht das Wasser reichen, aber ich bin auch kein Minecraft-Loop mehr. Was soll das? Wir können einfach weg sein. Und am spawnen. Sehr schön. Weg hier, Leute! Ich hab dich gefunden, mein Lieber! Ich hab dich gefunden! So einer nämlich! So... Wo genau nochmal? Jo, du musst ihm ein bisschen helfen. Der braucht das. Ach, du brauchst das? Der kann nicht schlafen sonst. Wieso kann er nicht schlafen sonst? Wo ist er? Weil... Weil er dann Albträume von dir bekommt. Nein! Scheiße! Nein, er ist nur einer! Ich hab dich, ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab dich! Let's stand, Appelle! Oh, ich hab mein Schad getroppt. Bro, was kannst du eigentlich? Ah, wo ist die Endappelle angekommen? Wo ist sie angekommen? Nooo! Ich hab dich! Komm her! Na, wo geht... Nein! Mann, Scheiße! Warte, ich dachte... Oh mein Gott, das kann... Was kannst du eigentlich? Junge, Mann! Der führt mich ja komplett vor hier! Das kann doch nicht sein! Das kann man nicht angehen! Oh Gott! Das kann man nicht angehen! Keiner ist besser als er! Das ist... Das sind natürlich Facts! Ja, Joe, wohin? Fuck! Das funktioniert trotzdem! Ey, lernt mal besser Craft Attack kennen, Bro, bevor du gegen mich antrittst! Oh, wo, wo, wo? Jetzt ist es vorbei, mein Lieber! Jetzt ist es vorbei! Oh! Good game! Okay, das war nur der erste von vielen! Aber, Space, du hättest jetzt an meinem Spawn-Wert hier... Also, das hätte ich erwartet, dass da jetzt ein Kürbis ist, ne? Das hätte ich erwartet an deiner Stelle! Gut! Damit ist, äh, steht es... Space ist der bessere PvP-ler! Ich bin der bessere Taktiker! In diesem Sinne! Ciao, Leute! Kommen wir nicht an, zwei von Gigi! Ey! Ich bin der ehemisch! wie alle gerade in der ganzen Welt gewählte, ich bin der zweite Der dritte! Ich bin der Ärger! Ich bin der Richtig! Ich bin der Richtig! Vielen Dank.